Willkommen zu unserem nächsten Video hier in dieser Playlist. Ich hatte es ja vorhin schon gesagt, jetzt sind wir soweit mit dem Thema Server-Virtualisierung eigentlich durch, aber es gibt natürlich auch Desktop-Virtualisierung. Haben viele Unternehmen für sich natürlich genutzt. Der große Vorteil von virtualisierten Desktop-Betriebssystemen wie Windows 10 oder Windows 11 ist einfach, dass ich als Admin nur das Template anpassen muss, wenn ich irgendwelche größeren Veränderungen machen möchte und dann rolle ich das Template als neue Version aus. Die Benutzer werden von ihrer alten bisherigen Sitzung abgemeldet und kriegen halt dann das neue Template, entweder automatisch oder man sagt, okay bitte wechselt mal auf die neuere Version, probiert die neuen Features dort aus. Das hat halt einen ganz großen Vorteil, gerade in Abteilungen im Unternehmen, wie zum Beispiel in der Buchhaltung oder im Controlling, wo ich halt mit wirklich großen Software-Paketen arbeite, wie jetzt einfach von DATEV meinetwegen, die halt auch eine gewisse Zeit benötigen, um das Ganze zu aktualisieren oder auch andere Buchhaltungslösungen von von Wolters Kluver zum Beispiel. Das nimmt dem Admin eine Menge Arbeit ab, weil er halt nicht nur den Server aktualisiert und dann danach eben an 20 verschiedene Clients hin muss, um dort einzelnes Update auszurollen, sondern er macht das Server-Update, er aktualisiert den Client auf dem Template, macht 20 neue Templates, dauert keine Ahnung, 10-20 Minuten und dann habe ich neue Maschinen. Diese Möglichkeit bot oder bietet leider, oder was heißt leider, bietet im Moment noch auch VMware Horizon, aber auch das Thema wird sehr wahrscheinlich einfach nicht mehr existieren in dieser Form, hat man bisher so schon von Seiten Broadcom gehört. Ich nehme an, das Ganze wird dann woanders hin verkauft, also vielleicht kann man es dann woanders noch beziehen, aber auch da sollte man sich einfach mal Gedanken machen. Und deswegen will ich jetzt einfach mal mit diesem Video und auch demnächsten danach einfach mal ein paar Möglichkeiten aufzeigen, welche Desktop-Virtualisierungsalternativen zu VMware Horizon denn so existieren. Und ja, in diesem Video heute soll es erst mal um Cloud PC von Microsoft gehen, beziehungsweise um Windows 365 und ich sage mal, das schauen wir uns jetzt direkt mal an. Auf der Website von Microsoft gibt es dazu auch ganz gute Beschreibungen schon. Man sieht hier auch schon, es gibt den Windows 365 Cloud PC sowohl für Business als auch für Enterprise. Und ja, darüber habe ich tatsächlich auch schon mehrere Videos gemacht. Ich habe das hier auch schon mal geöffnet auf unserem YouTube-Kanal. Das werde ich auch nachher wieder in die Links unten reinpacken. Da beschäftige ich mich etwas umfangreicher mit diesem ganzen Thema. Hier einfach jetzt erst mal nur zur Kenntnisnahme, dass es so etwas gibt, was sowas kostet und wie es uns dann helfen kann, plus eine kurze Demo. Sprich, ich habe die Möglichkeit, entweder in die Business-Schiene zu gehen, also kleine und mittelständische Unternehmen. Da ist es so, dass ich dann mir eine Lizenz für Windows 365 besorge. Die Preise könnt ihr hier selber sehen. Ich klicke mir die zusammen, weise die Lizenzen dem Benutzer zu. Knapp eine halbe Stunde später steht diese Maschine zur Verfügung und der User kann dann darin halt arbeiten. Als Alternative dazu gibt es das Ganze auch für Großunternehmen, wie Microsoft das an dieser Stelle eben bezeichnet. Und der große Unterschied zu den KMU und Business-Plänen ist halt, dass diese VMs, die dort bereitgestellt werden, verwaltet werden können. In der Business-Variante ist es einfach ein, ja, Out of the Box, Windows 10, Windows 11, da ist nichts drauf. Ich kann mir meine Sachen installieren. Ich kriege immer wieder den gleichen Rechner. Bei der Großunternehmer-Variante ist es so, dass die Verwaltung dieser Geräte automatisch über Intune stattfindet. Ich kann selbst Images erstellen, wo die verschiedenen Software-Pakete schon drin sind, die ich da drin gerne hätte und dann eben Maschinen auf Basis von Templates ausrollen. Also das, was ich eben gerade auch bei vor allem bei Horizons schon gesagt hatte. Das kann ich in der großen Variante tun. Wie gesagt, einfach merken. Unterschied ist, das eine in der Business-Variante kann ich im Grunde nicht anpassen. Das ist so, wie wenn ich einem Benutzer einfach einen neuen Computer gebe. In der Großunternehmer-Variante habe ich als Admin viele Möglichkeiten, dort einfach Eingriff zu nehmen. Und ja, das macht definitiv Sinn, vor allem, weil die Skalierung in der Großunternehmer-Struktur eine ganz andere ist. Es ist halt nicht ein Benutzer, ein PC, sondern ich kann Skalierungsgruppen bilden. Das heißt, ich kann auf der einen Seite sagen, entweder ich möchte, dass immer zwei PCs in Reserve stehen. Wenn jetzt jemand Neues sich mit der Umgebung verbindet, kriegt der entweder random irgendeinen oder immer den gleichen. Und was auch geht, und jetzt sind wir an der Alternative auch zu Terminal-Services bzw. Remote-Desktop-Diensten von Microsoft, ich kann auf dieser Plattform Windows 10, Windows 11 multi-userfähig machen. Das geht nur hier. Das heißt, ich kann wie auf einem Terminal-Server hergehen und sagen, ich mache eine sehr performante Windows 11-Installation, da ist die Software standardmäßig drauf und die weise ich jetzt zehn oder zwanzig Usern einfach zu. Und das ist natürlich schon interessant, weil auch da muss man so ein bisschen mal Richtung Microsoft gucken, was die denn in den nächsten Jahren vorhaben. Die Unterstützung von den Microsoft 365 Apps auf Terminal-Services und Remote-Desktop wurde schon mehrmals abgekündigt und dann immer wieder verlängert. Aber irgendwann wird das tatsächlich sehr wahrscheinlich passieren. Und dafür bietet das natürlich eine fantastische Alternative, wenn ich hergehe und sage, ich hatte bis jetzt einen starken Terminal-Server, dann gehe ich eben in diese Ecke und stelle halt eine oder mehrere sehr performante Windows 11-Maschinen zur Verfügung und gebe die meinen Usern. Also das hat schon auch durchaus seinen Charme. Wie gesagt, habe ich in einem eigenen Video darüber schon erzählt. Einmal zum Thema Cloud PC und auch Cloud PC Boot, weil auch das geht mittlerweile. Ich kann mein Betriebssystem, mein physikalisches, auf meiner physikalischen Hardware so beeinflussen mit Intune, dass mein Gerät standardmäßig in den Cloud PC bootet. Heißt, ich habe die Möglichkeit, mich sogar zu entscheiden. Möchte ich jetzt privat was tun, dann nutze ich das Betriebssystem, was lokal installiert ist. Will ich arbeiten, dann nutze ich das Betriebssystem in der Cloud. Also das eröffnet eine Vielzahl von sehr coolen neuen Möglichkeiten. Und nicht zuletzt natürlich auch eine gute Sache für die Integration, zum Beispiel von Freelancern oder der Lieferkette in die eigenen Systeme und Applikationen, indem ich halt nicht hergehe und sage, hier ist irgendwie ein VPN-Zugang, arbeite damit in meiner Umgebung, sondern der Lieferant oder der Freelancer bekommt einen Cloud PC, der ist in meiner sicheren Umgebung und darin wird dann gearbeitet. Gerade in Richtung Compliance und zertifizierungspflichtiger Unternehmen, sei es jetzt BaFin oder TISAX oder oder, ist das schon eine sehr coole Möglichkeit. Ja, gucken wir es uns mal an. Wie sieht das Ganze aus? Wenn ich jetzt hier auf die Domain windows365.microsoft.com gehe, habe ich jetzt in meinem Fall drei verschiedene VMs zur Verfügung. Ich habe hier einmal die stärkste Maschine, mit der arbeite ich tatsächlich auch regelmäßig. Das ist ein Windows 11 mit acht CPUs und 32 GB und einem halben Terabyte Harddisk drin. Als Alternative gibt es die Möglichkeit, eine kleinere Umgebung zu nehmen, zwei CPU, vier Gegram. Das ist so die Unterkante. Also weiter drunter würde ich nicht gehen. Ganz unten ist noch diese Windows 10 Demo mit einer CPU und zwei Gegram. Die gebe ich manchmal Kunden, die sich nicht entscheiden können. Dann werden die relativ schnell merken, ach, das ist von der Performance irgendwie nix. Ja, und dann habe ich die Möglichkeit, entweder über die sogenannte Windows 365 App drauf zuzugreifen oder ich mache das Ganze direkt im Browser. So, wenn ich darauf klicke, öffnet sich hier ein neues Fenster. Ich kann mich noch entscheiden, was möchte ich denn mit dieser Information tun? Welche Sachen möchte ich durchreichen? Ich sage einfach verbinden und ja, jetzt wird im Prinzip eine Remote Desktop Verbindung geöffnet und ich kann hier sofort losarbeiten. Was ich allerdings jetzt hier machen muss, ist einmal ganz kurz die Skalierung anpassen. Ich schaue mal kurz auf meinen Monitor auf der anderen Seite. Jetzt sollte man es auch wieder sehen. Ja, und dann bin ich hier tatsächlich schon drin. Ich habe hier meinen Cloud-PC. Es ist ein ganz normales Windows. Ich bin standardmäßig angemeldet, weil ich ja schon in meinem Gastbetriebssystem, also in meinem Hostbetriebssystem auf meinem Laptop angemeldet bin. In Edge bin ich auch schon angemeldet. Deswegen wird hier einfach Single Sign-On die Anmeldung durchgereicht. Ich kann dieses System so benutzen wie einen normalen Rechner. Und was man vielleicht sieht, ich habe hier sowohl Kali Linux mit Windows Subsystem für Linux laufen, als auch Hyper-V. Das ist nämlich genau die Maschine, mit der ich die Demos für Proxmox und Hyper-V gemacht habe. Das heißt, ich kriege sogar eine Hardware, die die sogenannte Nested Virtualization unterstützt. Ich kann auf einer bereits virtualisierten Umgebung weitere Virtualisierung betreiben. Und wir hatten es ja gesehen. Das ist jetzt eine Maschine, die läuft bei Microsoft im Rechenzentrum. Darauf läuft Hyper-V als Rolle. In dem Hyper-V wiederum läuft Proxmox und in dem Proxmox wiederum läuft ein Windows 11. Also sehr verschachtelt, aber funktioniert. Kann man machen. Und ich finde das tatsächlich eine sehr coole Möglichkeit. Dadurch, dass ich ja hier schon angemeldet bin, habe ich auch direkt die Möglichkeit, so weiterzuarbeiten, wie ich es auf meinem normalen Rechner tue. Heißt natürlich dann in der Folge, dass ich das Gleiche natürlich auch mit der App von meinem Tablet machen kann. Ich kann es vom Smartphone aus machen. Ich kann es vielleicht auch von einem öffentlichen Rechner aus tun, wenn ich gerade unterwegs bin und ich habe nichts dabei, sofern es denn die Sicherheitsrichtlinien zulassen. Also das eröffnet wirklich eine Vielzahl von sehr guten Möglichkeiten. Ich habe hiermit schon tatsächlich an der Nordküste Sardiniens am hinterletzten Zipfel dieser Insel mit meinem Telefon einem Benutzer sein Kennwort zurückgesetzt, weil es halt funktioniert. Und das ist schon, glaube ich, ziemlich cool. Und ja, wie gesagt, für alles weitere, was Demo-Zwecke angeht, guckt euch das eigene Video dazu an, beziehungsweise ich habe dazu mehrere Videos gemacht. Und ja, damit kehren wir zurück zu meinem Desktop. Also ich finde, das ist auf jeden Fall auch ein Thema, was man sich mal angucken sollte. Preislich, habt ihr gerade gesehen, nicht unbedingt günstig. Also das Problem ist halt einfach natürlich, Microsoft hält dafür die Hand auf. Microsoft weiß, was sie dafür verlangen können. Aber auch dazu gibt es wieder eine schöne Alternative. Wer uns schon länger kennt und wer auch dem Kanal hier schon länger folgt, weiß, wir haben diese 360-Grad-Lösungssicht auf die Dinge. Wir möchten nichts ausschließen an möglichen Lösungen, die wir anbieten. Wir gucken immer, was gibt es denn da noch als Alternative oder aus der Werbung gibt es da nicht auch was von Ratiofarm. In dem Fall gibt es da nicht auch was von Pegasus. Ja, das gibt es und das werden wir uns im nächsten Video anschauen. Die Lösung, die wir nämlich dafür zur Verfügung stellen können, die wir für euch dazu parat haben, nennt sich Kersim. Und ich würde sagen, das gucken wir uns jetzt direkt im Video mal an. Bis gleich.